Wird unser ganzes Leben vor unseren Augen aufblitzen? Es gibt mehrere Theorien darüber, was passiert, wenn wir unseren letzten Atemzug getan haben. Aber es gibt eine Theorie, die über allen anderen steht. Wir nennen es gerne die kosmische Theorie. Carl Sagan hat einmal gesagt. Auch wenn wir vielleicht nie wissen, was mit unserem Bewusstsein passiert. Unsere Körper zerfallen jedoch in Atome. Atome, die zu Sternenstipp werden, breiten sich über Galaxien, Nebel und Sterne aus. Wir waren Milliarden von Jahren nach dem Urknall entstanden. Und zu dem sich ständig verändernden Kosmos kehren wir zurück. All diese Geschichten, in denen wir nach unserem Tod zu Stars werden, könnten also doch wahr sein.